Meine Damen und Herren, also Herr Brüderle, ich staune ja, dass Sie Lenin intensiver gelesen haben als ich, aber davon mal abgesehen, hat der EU-Gipfel am 30. Januar 2012 den Fiskalvertrag für 17 Euro-Staaten und acht weitere Staaten, mit den Ausnahmen Großbritannien und Tschechien, beschlossen. Der Vertrag soll bis zum 1. Januar 2013 ratifiziert werden. Aber er ist kein gewöhnlicher Vertrag der Europäischen Union, sondern er befindet sich außerhalb des EU-Rechts. Es geht um verbindliche Regelungen für die Staaten zum Schuldenabbau, um die sogenannte Schuldenbremse in den Staaten, um Sanktionen gegen Staaten, die gegen Regelungen verstoßen. Mithin geht es um deutliche Einschränkungen der Budgethoheit der Staaten und ihrer frei gewählten Parlamente. Dieser Vertrag wird grundlegend die Situation in den EU-Staaten verändern, auch und in besonderer Weise in Deutschland. Zunächst zur Frage des Grundgesetzes. Im Vertrag ist keine Kündigungsmöglichkeit vorgesehen. Dann ist eine Kündigung nur nach Völkervertragsrecht, das heißt nach der Wiener Vertragsrechtskonvention zulässig. Die dort geregelten Voraussetzungen wie die Unmöglichkeit der von Deutschland geforderten Leistung oder die grundlegende Änderung sämtlicher Umstände werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals eintreten. Damit bliebe nur die Möglichkeit, dass sich alle Unterzeichnerstaaten auf eine Aufhebung verständigten, eine Variante, über die wir ebenso wenig nachzudenken brauchen. Die Unkündbarkeit des Vertrages bedeutet aber, dass die Artikel, die bei uns die sogenannte Schuldenbremse regeln, die uns an EU-Recht und Sanktionen binden, die Artikel 109, 115 und 143d des Grundgesetzes niemals mehr verändert werden dürfen, ansonsten würde der Fiskalpakt verletzt werden. Das Grundgesetz regelt aber in Artikel 79 Absatz 1 und 2 die Zulässigkeit und die Bedingungen für die Änderung des Grundgesetzes. Eine Ausnahme bildet das Verbot von bestimmten Änderungen des Grundgesetzes nach Artikel 79 Absatz 3. Dazu später. Aber die Artikel 109, 115 und 143d des Grundgesetzes zur Schuldenbremse und den anderen genannten Fragen fallen nicht unter die Voraussetzungen des Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetzes. Ihre Änderung ist also nach Artikel 79 Absatz 1 und 2 zulässig. Wenn das Grundgesetz aber die Zulässigkeit der Änderung dieser Artikel ausdrücklich zulässt und ein zu ratifizierender Vertrag diese Möglichkeit dann tatsächlich ausschließt, ist der Vertrag grundgesetzwidrig. Es gibt einen weiteren, vielleicht noch wichtigeren Punkt. Jeder Staat darf nach dem Vertrag nur Schulden in Höhe von 60 Prozent seiner Wirtschaftsleistung, in Höhe von 80 Prozent unserer Wirtschaftsleistung haben. Wir aber haben Schulden von 83 Prozent unserer Wirtschaftsleistung, nämlich über 2.000 Milliarden Euro. Dann werden wir durch den Vertrag verpflichtet, den überschießenden Betrag von etwa 500 Milliarden Euro jährlich mit 5 Prozent abzubauen. Das heißt, der Bundestag wird völkerrechtlich gezwungen, 20 Jahre lang jeweils 25 Milliarden Euro an Schulden abzubauen. Trotzdem dürften wir noch eine Neuverschuldung von zunächst 0,5 und dann nur noch von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes beschließen. Es handelte sich um 12 beziehungsweise knapp 9 Milliarden Euro. Die Regelung von 1 Prozent Neuverschuldung des Bruttoinlandsprodukts gilt nur für gering verschuldete Staaten, also nicht für Deutschland. Kommt es zu der berechneten Neuverschuldung, ist ja auch dieser Betrag eine überschüssige Schuld und erhöht die abzubauenden 5 Prozent, sodass es dann um mehr als 25 Milliarden Euro Schuldenabbau pro Jahr geht. Das greift tief in die Budgethoheit des Bundestages ein. Zusätzlich hat dann ja noch die EU-Kommission zu prüfen, ob die Kriterien des Vertrages eingehalten wurden und kann Korrekturen und verbindlich, wie auch Herr Schäuble gesagt hat, verbindlich geregelte Strafen festlegen. Der Europäische Rat, der aus den Regierungschefs besteht, kann nur mit qualifizierter Mehrheit solche Festlegungen wieder aufheben. Für Griechenland wird es nie diese qualifizierte Mehrheit geben, für Deutschland vielleicht gerade noch. Aber hier wird nicht nur europäisch in die Haushaltshoheit der Staaten eingegriffen, sondern die Regierungschefs werden auch noch über die Parlamente gestellt, was unser Grundgesetz ebenfalls ausschließt. Die Kernfrage des Verhältnisses zum Grundgesetz ist folgende. Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz regelt, dass bestimmte Teile des Grundgesetzes nie verändert werden dürfen. Dazu gehören die Grundsätze des Artikel 20 Grundgesetzes. Aus ihnen ergibt sich, dass die Staatsgewalt von unserem Volk ausgeht und dass nur die im Grundgesetz geregelten Organe für Gesetzgebung zuständig sind. Es ist eine bestimmte demokratische Ordnung festgelegt. Das schließt nach allen Kommentaren die Budgethoheit des Bundestages ein. Im Lissabon-Urteil vom 30. Juni 2009 bestimmte das Bundesverfassungsgericht diese Verfassungsidentität wörtlich wie folgt. Zu wesentlichen Bereichen demokratischer Gestaltung gehören Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kreditaufnahme des Bundes. Herr Präsident! Frau Bundeskanzlerin! Meine Damen und Herren von Union, SPD, FDP und Grünen! Mit diesem Vertrag beginnen Sie die Gründung einer Europäischen Föderation der Vereinigten Staaten von Europa, und zwar über eine Fiskalunion. Das aber lässt das Grundgesetz so nicht zu, wie man im Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts nachlesen kann. Dafür gäbe es nur einen Weg, endlich den Artikel 146 Grundgesetz zu erfüllen, also das Grundgesetz durch eine durch Volksentscheid angenommene Verfassung zu ersetzen. Dann müssten wir einen neuen Verfassungsentwurf erarbeiten, in dem natürlich wichtige Bestandteile des Grundgesetzes übernommen werden müssten und ihnen dem Volk zur Entscheidung vorlegen. Undemokratisch haben Sie, Herr Schäuble, zu einem Gespräch über den Fiskalvertrag der Union, SPD, FDP und Grüne eingeladen. Die waren wie immer mit unserer Ausgrenzung einverstanden. Vielleicht lohnte es sich auch für Sie, über diese Verfassungsfragen ernsthaft nachzudenken. Höchstwahrscheinlich werden Sie meine diesbezüglichen Ausführungen ignorieren. Aber es könnte sein, dass wir das eines Tages, dann aber alle zusammen sehr hoch bezahlen müssen. Über föderative europäische Strukturen darf man selbstverständlich nachdenken. Aber dann muss es sich um ein soziales, ein freiheitliches, ein demokratisches und ökologisches Europa der Bevölkerung handeln. Sie aber zerstören in Europa den Sozialstaat. Sie zerstören wichtige demokratische Grundsätze einschließlich der Rechte des Europaparlaments. Sie bauen ein Europa für die Banken und Hedgefonds, nicht für die Bevölkerung. Alle anderen Fraktionen sprechen absichtsvoll und falsch von einer Staatsschuldenkrise. Hier findet ja eine Verwechslung von Ursachen mit den Folgen statt. Die Ursache ist ganz eindeutig die Bankenkrise. Hier in Deutschland mussten wir einen Rettungsschirm von 480 Milliarden Euro aufstellen. Der EU-Wettbewerbskommissar El-Munia, wenn Sie mir nicht glauben, stellte jetzt fest, allein von 2008 bis 2010 haben die EU-Staaten mehr als 1.600 Milliarden Euro oder 13 Prozent ihrer gesamten Wirtschaftsleistung, also der Wirtschaftsleistung der 27 EU-Staaten, für die Rettung von Banken ausgegeben. Aber Sie sprechen von einer Staatsschuldenkrise, damit die Leute glauben, sie hätten zu viel verbraucht oder, wie Frau Merkel sagt, über ihre Verhältnisse gelebt. Sie wollen die Banken, Hedgefonds und Spekulanten aus dem öffentlichen Blick verdrehen. Das können wir nicht zulassen. Und wissen Sie, wenn man an diese Summen denkt, die da für Banken zur Verfügung gestellt wurden, einfach so verschenkt wurden und jetzt dieses Affentheater erlebt, wegen einer Wirtschaft von 70 Millionen für 11.000 und mehr Beschäftigte des Schleckerunternehmens, damit die nur in eine Auffanggesellschaft kommen, das ist unerträglich und nicht hinnehmbar. Unerträglich und nicht hinnehmbar. Was entscheiden Sie weiter? Sie wollen jetzt die europäischen Rettungsschirme, was Sie früher immer abgelehnt haben, zusammenlegen. Dann handelt es sich um einen Betrag von 700 Milliarden Euro. Und die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haften dann für bis zu 400 Milliarden Euro. Jetzt kommt aber die OECD und sagt, 700 Milliarden reichen nicht aus. Es muss aufgestockt werden auf eine Billion. Dann hafteten wir übrigens schon für fast 600 Milliarden Euro. Ich will es bloß mal nebenbei sagen. Und dann tun Sie ja so, als ob die Haftung nicht eintritt. Aber ich sage Ihnen, die kommt schneller und unerwarteter, als Sie das jetzt glauben. Die ganze Entwicklung spricht dafür. Und dann frage ich Sie, wie wollen Sie das eigentlich bezahlen? Ich meine, wovon eigentlich wollen Sie den ganzen Bundeshaushalt ausfallen lassen? Wollen Sie alle Einrichtungen schließen? Sagen Sie mal, merken Sie eigentlich noch, welchen irrealen Absurditäten Sie festlegen und unterschreiben? Das ist doch überhaupt nicht verantwortbar, was auf dieser Schiene passiert. Und wissen Sie, was mich am meisten stört, ist, dass die Banken und Hedgefonds durch ihre Politik nicht das geringste Risiko eingehen. Nicht das geringste Risiko. Wenn die Deutsche Bank und andere riesige Profite machen, verteilen sie das an ihre Großaktionäre und an Bonis für ihre leitenden Angestellten. Aber wenn sie Verluste machen, na und, bezahlen alles die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die haben ja nichts damit zu tun. Die haften nicht mal für ihre schlechte Politik. Ich finde das nicht hinnehmbar. Erklären Sie das mal. Erklären Sie das mal den Bürgerinnen und Bürgern, den Handwerkerinnen und Handwerkern und sämtlichen Wirtschaftsunternehmen, die auch für alle Verluste haften müssen, nur die Banken nicht und die Hedgefonds. Nein, da haben wir ja immer die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die alles übernehmen. Nein, das ist nicht länger hinnehmbar. Wirklich wahr. Sie haben sich erpressbar gemacht durch die Banken. Und deshalb sage ich, die müssen verkleinert werden. Wir müssen uns endlich auch eine Insolvenz einer Bank leisten können. Das Sparguthaben von Bürgerinnen und Bürgern können wir trotzdem retten. Aber wir müssen die Bank nicht mehr retten. Und dann müssen wir sie öffentlich-rechtlich gestalten. Und dann hätten wir die Sache im Griff, Herr Kauder. Aber nicht mit Ihrer Politik. Und dann erklären Sie mir doch mal, warum die Europäische Zentralbank auch wieder von Steuergeldern eine Billion Euro an die großen privaten Banken jetzt zur Verfügung gestellt hat. Für drei Jahre. Zu einem Prozentpunkt Zinsen. Also hätten Sie ihn ja auch gleich schenken können, kann ich nur sagen. Das ist ja geradezu absurd, was dort getrieben wird. Und wenn die jetzt Kredite an Italien, an Spanien, an Portugal oder Griechenland geben, verlangen sie mindestens vier Prozent, meistens mehr. Durch eine Überweisung machen die einen Riesengewinn. Wieso eigentlich nicht? Warum können wir nicht in solchen Situationen sagen, dann machen wir das doch lieber direkt mit einer öffentlich-rechtlichen Bank in Notsituationen starten, zinsgünstig Kredite geben und nicht noch für einen Verdienst von Banken und Hedgefonds zu sorgen, wie Sie das organisieren. Wir müssen die Finanzmärkte endlich regulieren. Wir brauchen weder die Leihverkäufe noch die Hedgefonds. Das alles brauchen wir nicht. Banken müssen reine Dienstleister werden für die Wirtschaft und für die Bürgerinnen und Bürger. Und davon sind Sie heute meilenweit entfernt. Und als Schuldenbremse, weil Sie immer von der Schuldenbremse reden, schlage ich Ihnen eine Millionärssteuer vor. Was haben Sie eigentlich dagegen? Weshalb müssen die Handwerker, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentnerinnen und Rentner, selbst die Hartz-IV-Empfänger das Ganze bezahlen, aber die Vermögenden bleiben mit ihrem Vermögen vollständig verschont? Die müssen nicht einen Euro davon geben. Zwei Beispiele. Zwei Beispiele. 2000 griechischen Familien gehört 80 Prozent des gesamten Vermögens Griechenlands. Davon müssen Sie nicht einen einzigen Euro für die ganze Krise bezahlen. Das erklären Sie mal den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den Rentnerinnen und Rentnern in Griechenland. Und in Deutschland? Zehn Prozent, der reichste Teil unserer Bevölkerung, besitzt ein Vermögen von drei Billionen Euro. Unsere gesamten Staatsschulden von Bund, Ländern und Kommunen liegen bei zwei Billionen Euro. Und dann sagen Sie diesen zehn Prozent, aber um Gottes Willen, keinen halben Cent wollen wir für euch. Wir streichen lieber das Elterngeld für Hartz-IV-Empfänger, bevor wir von euch auch nur einen Euro nehmen. Und Herr Steinmeier, wenn Sie sich dann hier hinstellen und sagen, die FDP ist heute nicht im Dreck, weil Sie eine unsoziale Politik mit Agenda 2010 gemacht haben, seien Sie doch als SPD nicht auch noch stolz darauf. Sie haben damit übrigens auch noch die Binnenwirtschaft geschwächt. Abgesehen davon ist Ihre Aussage auch falsch, denn die FDP steckt ja nun besonders im Dreck. Aber davon mal abgesehen. Kommen wir mal zu Griechenland. Hier, Griechenland, ist der Vorreiter für eine verheerende, sozialzerstörerische europäische Politik. Kein Rettungsschirm hat bisher einer Griechen oder einem Griechen was genutzt. Nur den Banken und Hedgefonds. Ganz wenige Zahlen. Seit drei Jahren gibt es einen Rückgang der Investitionen um 50 Prozent. Die Arbeitslosigkeit liegt jetzt bei 21 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland liegt jetzt bei 50 Prozent. Es gibt weniger Steuereinnahmen. Es gibt ein Minuswachstum. Der Schuldenanstieg haben wir zu verzeichnen um 50 Milliarden Euro. Die Schulden Griechenlands machen nicht mehr 130, sondern jetzt 170 Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Was soll das? Wo bleibt denn endlich ein Marschallplan zum Aufbau des Landes? Die Gelder aus dem Rettungsfonds gibt es ja jetzt nur, wenn noch mal der Mindestlohn von 751 auf 586 Euro pro Monat reduziert wird. Wenn die Löhne um 22 Prozent gesenkt werden. Wenn 15.000 Leute aus dem öffentlichen Dienst entlassen werden. Und bis 2014 150.000 Leute. Seit drei Jahren werden die Renten um 14 Milliarden gekürzt. Nein, es ist nicht mehr nachvollziehbar, was dort passiert. Wollen Sie, dass das Land verelendet? Und woher sollen denn Steuern kommen, mit denen die Kredite zurückgezahlt werden? Das ganze Geld ist doch in den Sand gesetzt. Ich glaube ja, dass Sie Griechenland aus dem Euro drängen wollen. Zahlungsunfähig machen wollen. Bundesminister Friedrich hat es ja auch gesagt. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn die amerikanischen Ratingagenturen, die den Euro nicht mögen, weil Saudi-Arabien und China ja schon anfangen wollten, in den Euro und nicht mehr in den Dollar zu investieren, feststellen, dass es ihnen gelungen ist, Griechenland aus dem Euro zu drängen, dann greifen die sich Portugal. Und dann ist der Euro zerstört. Aber die deutsche Wirtschaft verkauft am meisten in die Euro-Länder. Und stellen Sie sich mal vor, wenn die alles wieder nationale Währungen haben und die abwerten, sodass wir immer weniger verkaufen können, dann bricht auch unsere Wirtschaft zusammen. Was richten Sie hier eigentlich an? Es ist wirklich nicht nachvollziehbar. Und darf ich mal daran erinnern, dass wir Griechenland, das Griechenland der Erfinder der Demokratie ist, dass wir Griechenland aus der Antike die größten Philosophen verdanken, von denen wir alle noch heute zehren. Herr Kollege, Sie wissen, dass Sie die nicht einzeln in Ihren wichtigsten Werken vorstellen können. Ich verstehe es, ich höre auf. Ich fange nicht noch an, die Philosophen zu zitieren. Das würde ja auch die meisten überfordern. Ich lasse das weg. Aber so... Ich danke für Ihre Bestätigung. Aber ich sage Ihnen, hören Sie auf, uns auszugrenzen. Alles, was ich hier gesagt habe, es lohnt sich, darüber zu diskutieren und nachzudenken. Und wenn Sie schon früher auf unsere Argumente gehört hätten, wären wir jetzt nicht in einer so verdammt schwierigen, fast schon elenden Situation. Danke. Gregor Gysi. Über die Fiskalunion wird eine Föderation, werden die Vereinigten Staaten von Europa durch die Hintertüre eingeführt. Der Anfang vor allen Dingen der Rede von Gregor Gysi hochinteressant und sicherlich noch einmal zum Nachlesen geeignet.